7, 8, 9, 10 Klasse. Hallo liebe Freundinnen des Pedalierens, heute ist es mal wieder so weit und zwar nicht, dass wir auf eine Fahrt gehen, sondern dass es hier um Stadtradeln geht. 7, 8, 9, 10 Klasse. Sportkategie, Berlin auf dem Kiel. Sport heißt die Berliner Medizin. Große Klasse, hey, 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 das ist unser Sport an der Spiel. Wochenende im Gelände, in der Halle, auf dem Rasen, auf den Rängen, da geht's rund. Sport und Spiel sind aber außerdem für alle, die sich regeln und bewegen, sehr gesund. Und der Bauch geht weg, denn es schmilzt der Speck, mach doch einfach mit, dann soll's er mit. Sport hält die Berliner auf dem Kiel. Sport heißt die Berliner Medizin. Große Klasse, hey, 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 das ist unser Sport an der Spiel.